Also ich bin der Martin Brunner, zum ersten Mal beim Lightning Talk, habe die Semantic Media Wiki in Verbindung mit den Open Street Maps verwendet, beziehungsweise freiwillige Mithelfer gehabt, die mich dabei mit unterstützt haben. Und das möchte ich nur kurz zeigen, was eben die Ausgangslage war und was dann daraus gemacht worden ist. Also die Situation war folgendes, es hat zwar die Stadt Graz und Wien ein System, wo man den Jetzt-Zustand der Häuser in der Stadt beschreiben kann, also wo man ein Foto hat und eine Beschreibung, wann das erbaut worden ist, wer das erbaut worden ist. Aber das ändert sich im Laufe der Zeit und da gibt es mal ein paar Beispiele bei der AVL. Da haben wir die Ansicht an 1910. Dann sieht man, also 2010 ist der Hof aus dem 17. Jahrhundert schon sehr vereinfacht und rundherum etwas anderes dazu gebaut und zum Schluss dann halt durch Baucontainer ersetzt. Und diese Sachen wollte ich praktisch mit einem Computersystem irgendwie so Wikipedia-mäßig darstellen, dass die Leute mitarbeiten können, dass man das eben sichtbar machen kann, weil eben in Graz unter anderem eben diese Veränderungen passieren. Das war also Hauptplatz Strasskern und im Jahr 2008 ersetzt. So, da gibt es eben noch, ja, und eben auch wirklich, um diese Dinge bewusst zu machen, wie gesagt, das hat man in den 60er Jahren dann schön gefunden und dafür das abgerissen. Und jetzt geht es dann gleich zum Technischen und eben auch, also es kommen noch Beispiele vor, wo also Sachen saniert worden sind. Und technisch schaut das dann eben auch so aus. Das ist jetzt das Datenmaterial über, also den Chancel-Browser noch und rechts kommt das aus der Media-Wiki. Soll dann eben im Endeffekt auch so umgesetzt werden, dass man eine schöne Karte hat, durch die man navigieren kann, wo man dann anklicken kann und die Häuser mit der Beschreibung sieht. Und so schaut es derzeit also in der Wiki aus. Hier sehen wir oben schon mit Semantic Media-Wiki und Semantic Maps das Ganze eingebaut. Also da sieht man den violetten Marker, das ist der von der Adresse, die gerade angezeigt wird. Dann die roten Marker rundherum, das sind die Nachbarhäuser. Das ist schon eine Semantic Maps-Abfrage. Der geht also her und nimmt alle Koordinaten, die jetzt im Umkreis von, ich glaube, 80 oder 100 Meter sind und zeigt das nachher in dieser Semantic Map an. Wobei man sagen muss, man kann diese Semantic Map noch nicht verschieben. Das heißt, man kann es schon verschieben, aber die Marker werden nicht nachgeladen. Das wollen wir im Zuge des Projekts also einbauen in Semantic Maps und auch zu den Plugin-Kontributen, dass das nachher jeder verwenden kann. Was man auch machen kann, man kann eben Kategorien machen. Also wie bei der Wikipedia, ich lege jetzt eine Kategorie an, gelbes Haus oder was auch immer. Hier haben wir als Beispiel die Kategorie ab 2000 abgerissene Gebäude. Und in Verbindung von der Semantic Media Wiki mit den Semantic Maps habe ich nachher dann die Gebäude drinnen, die also mit diesem Deck versehen worden sind. Unten stehen halt die Adressen dabei, also das sucht ja beides raus. Also Adressen sind ja ohne Semantic Media Wiki auch eigentlich. Ja, das Ganze gibt es also auch als App demnächst. Hat dann mit Semantic Media Wiki wenig zu tun, aber die Open Street Maps haben wir hier wiederum eingebunden. Da war eigentlich festzustellen, dass viele Sachen, auch das Semantic Map Plugin, eigentlich eher hauptsächlich auf Google Maps leider getestet werden. Aber man kann eben die Open Street Maps verwenden, was in dem Fall wirklich sehr gut ist, weil sie ja auch die Häusergrenzen eingezeichnet haben im Vergleich zum Google-Kartenmaterial, was ja nur, also wo man dann nur eine graue Masse hat im Prinzip. Android-User können die App derzeit also jetzt schon runterladen unter dem folgenden Link. Blackberry 10 geht vielleicht auch, müsst ihr mal probieren. Es kann noch eine halbe Stunde dauern. Wir tun im Hintergrund noch gerade die App updaten. Aber wer noch irgendwas wissen will dazu und so weiter, der kann also zu mir dann gerne an den Stand kommen, neben einem Open Street Maps Stand. Noch irgendwelche Fragen? Gut. 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 Gut.